Liebe Freundinnen, liebe Freunde, für ein friedliches, demokratisches, nazifreies Pforzheim stehe ich euch gerne zur Seite. Es kommt wieder was auf uns zu, was nie hätte aus dem Dunkel hervorkriechen dürfen. Und es kommt es auf uns an. Wir müssen zusammenstehen, widerstehen, ohne ideologische Kleinkriege und mit dem Herzen denkend. Und ich bin groß geworden mit dem Satz, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wenn sie jetzt ganz unverhohlen, wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen. Denn am Deutschen hinterm Triesen muss nun mal die Welt genesen. Dann steh auf und misch dich ein. Sage nein. Und der Bischofja der Bischofja Und der Bischofja wir müssen wie eine, ob die etcetera, trenz die Bischofja